Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann genießt die Sonne Tunesiens und das mega sexy in Bikini. Egal ob am Meer oder wie hier auf einem Kamel, Fionas knackig braungebrannte Haut sorgt für Furore auf Facebook. Doch nicht alle Fans sind begeistert von so viel Sexappeal, vor allem nicht nur in einem arabischen Land. Fiona reagiert gereizt. Ich bin seit 10 Jahren mit einem Tunesier zusammen. Ich weiß sehr wohl, wie man sich in einem arabischen Land zu benehmen und zu kleiden hat. Ich bin dort an einem öffentlichen Strand und hab dazu noch ein T-Shirt an. Das ist weder halbnackt, noch ist das an einem Strand uneingebracht. Aber eine gute Sache haben die Fotos. Nach ihren Magerzeiten nach dem Dschungelcamp beweist das Model endlich, dass sie wieder einen topgesunden Body hat. Und die paar Kilos mehr stehen ihr richtig gut. Und das finden zum Glück auch ihre Fans. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017